Grüße liebe Bastler! Heute möchte ich euch wieder eine andere Kartenform für Weihnachten zeigen und zwar eine Teelichtkarte. Viele kennen sie. Es sind drei Stück drin, immer gebastelt mit einem kleinen Anhänger mit dem Spruch und damit derjenige von wem es kommt kann er noch unterschreiben. Diese Karte wieder auch mit einem Spruch. Gehen eigentlich ganz einfach zu basteln, werde ich mal demnächst euch ein Video mit Anleitung machen. Ihr seht damit kleine Glöckchen und das ist meine Lieblingskarte, wie ihr seht. Auch wieder mit dem Anhänger, der Weihnachtsmann. Ich hoffe es gefällt euch. Ich werde demnächst wieder neue Karten reinsetzen. Schaut es euch an. Bis denne!